Guten Tag, mein Name ist Bernhard Sorg. Ich bin Sportmediziner und Hausarzt hier in Wallisellen, einem Vorort von Zürich, ganz in der Nähe des Flughafens Kloten. Mit Vita Mobility Complex können Sie Ihre arthrotischen Gelenkschmerzen wirksam bekämpfen. Viele Studien und Erfahrungsberichte belegen diese positive Wirkung von Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat. Die beiden Substanzen können in Kombination sowohl abschwellend und entzündungshemmend wirken, wie auch den Knorpelabbau verlangsamen oder sogar stoppen. Auch auf beschädigte oder überlastete Sehnengewebe haben sie einen positiven Einfluss. Schmerzlinderung und bessere Beweglichkeit treten schon früh nach Beginn der Behandlung ein.